Will ich Thomas auch nur so aussehen lassen? Drei Freiwürfe. Weil er wirft ihn weg. Klar? Also er wirft ihn weg, aber ist ja keine Wurfaktion. Neue Runde, neues Glück. Hier ist der Pfiff der Woche präsentiert von AVD. Neue Runde deshalb, weil wir in den Finals sind und uns eine Szene ganz genau angucken möchten aus Spiel Nummer 2. Aber Berlin zu Gast beim FC Bayern Basketball. Wir sind in der Schlussphase dieser Partie. Berlin führt mit sieben Punkten. Dann gibt es diesen Fastbreak hier. Achtung, Nick Weiler-Bapp sucht den Kontakt dazu Malte Delo oder ist es andersrum? Jedenfalls gibt es den Pfiff. Und drei Freiwürfe für Nick Weiler-Bapp. Jetzt seid ihr gefragt. Wie hättet ihr entschieden? Ist das überhaupt ein Foul von Malte Delo? Wenn ja, ist das vor dem Wurf? Oder ist es am Schluss genau das, was die Refs entschieden haben? Nämlich drei Freiwürfe für Nick Weiler-Bapp. Rein in die Kommentare. Und gegen Ende der Woche lösen wir es dann wieder auf mit einem der pfeifenden Protagonisten. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ja auch. Bis dahin bleibt sportlich. Ciao, ciao.